Wir sehen den Lageplan eines Zugstabes in der Seitenansicht. Der Zugstab wird in Richtung seiner Mittelachse mit einer Zugkraft F belastet. Für die weiteren Überlegungen ist es von Vorteil, eine räumliche Vorstellung der Verhältnisse zu bekommen. Wir kennzeichnen nun in der Mitte des Stabes eine Querschnittsfläche A und führen außerdem zur Vorbereitung eines Freischnittes ein Koordinatensystem ein, dessen X-Achse in üblicher Weise längs der Mittelachse angeordnet ist. Auf Höhe des gekennzeichneten Querschnittes schneiden wir nun den Balken auf und tragen konsequenterweise N von X als Schnittkraft an beiden Schnittufern an. Eine einfache Gleichgewichtsüberlegung in X-Richtung führt uns sofort zu der Erkenntnis, dass N von X gleich F sein muss. Für den weiteren Gang der Dinge reicht es, sich auf die Verhältnisse an einem der beiden Teile, zum Beispiel dem unteren, zu konzentrieren. Entsprechend unseren Überlegungen zum Kraftfluss stellen wir uns vor, dass die Schnittkraft N von X gleich F den gesamten zur Verfügung stehenden Durchtrittsquerschnitt benutzt, um durch den Körper zu fließen. Da kein Teil der Querschnittsfläche bevorzugt ist, liegt eine gleichmäßige Verteilung der Kraft über die Querschnittsfläche nahe. Im Ergebnis erhalten wir eine auf ein Flächenelement bezogene Kraft, die gemeinhin als Spannung bezeichnet wird. An sich ergibt sich dann eine beliebig dichte Ansammlung von sogenannten Spannungspfeilen auf der Schnittfläche. Der Übersicht halber beschränkt man sich darauf, ein paar wenige Repräsentanten darzustellen. Wir wollen nun wieder zu der weniger aufwendigen, zweidimensionalen Darstellung zurückkehren. Um der menschlichen Bequemlichkeit noch weiter entgegenzukommen, führen wir eine noch restriktivere Darstellung der Spannungsverhältnisse in einer Schnittfläche ein und reduzieren die Anzahl der dargestellten Spannungspfeile in der Schnittfläche auf einen einzigen. Schließlich wissen wir ja, was gemeint ist. Nachdem unsere Überlegungen soweit abgeschlossen sind, können wir den oberen Teil der Vollständigkeit halber wieder erscheinen lassen. Natürlich zeigt auch das obere Schnittufer nun den Spannungszustand anstelle des Schnittlastenzustandes. Wir können die Darstellungsebenen wechseln und in mechanisch äquivalenter Weise an den Schnittufern die Schnittlasten erscheinen lassen. Solch ein Wechsel zwischen den beiden Darstellungsformen ist jederzeit möglich.